Halli, Hallöchen und Willkommen zurück. Hallo, Sklittyman bei, äh, Fortnite, Battle Royale 5050. Ist hier immer die Fing? Hier. Ja, ist egal. Will ich jetzt eh nicht. Ich gehe nämlich in zwei Sekunden los. Ich gehe ins Stacheldraht. In, in, ins Stacheldraht. Was für ein Deutsch. So, hier, Tomatotown. Zack, komm. Eins, zwei, drei. Tomatotown. Ob wir das schaffen, oder? Weil die meisten von uns eher weiter irgendwo vorne runtergehen. Ja. Wenn immer halt die City hier. Das war nicht so, ne, weil Tomatotown, aber. Ach, das sind die Lager. Ah, nicht verkehrt. Nur schnell runterkommen, damit wir uns B-Waffeln gönnen. Ich sehe auch schon ne K- Nein. Ich sehe auch ne Kiste. Genau, da wollte ich auch hin. Mach du runter. Alter, ihr kaputt. Bitteschön. Ja, nimm du die Waffe. Da war, nee. Warst du das? Ja, 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 war ich. Auch grad ne Waffe. Weiter unten, glaub ich. Ja, ne Pistole. Immerhin. Geh, schon mal hier ein bisschen durchsuchen. Wo bist du denn? Unten? Ja. Verschreckt mich nicht so. Alter, du lauf dich immer vor mir. Richtig ne schlechte Angewohnung von dir. Ja, aber du kannst mich ja eh eigentlich, würdest du mich nicht verletzen können. Nee, aber ich kann dann auch nicht laufen. Scheiße, wir müssen noch weiter weit. Ich höre ne Truhe. Ja, aber hier ist noch ne Maschinenpistole. Ja, ich komm, ich komm, ich seh dich. Ich dachte, ich höre ich die Truhe zwar, aber ich seh sie nicht. Äh. Irgendwo oben? Nein, ich find sie nicht. Auf der anderen Seite vielleicht oben. Na komm, wir laufen jetzt erstmal. Ja, ich guck mal hier. Hä? Ja. Da war jetzt nix. Ja, ich bin da so lang. Okay, wir müssen noch ein bisschen laufen. Ich bin es gut. Boah, ich höre Schüsse. Da sehe ich schon mal einen von uns. Dann laufen wir in die Richtung auch. Ja, wo der Pfeil ist, ne? Genau. Wir bleiben einfach vielleicht mal diesmal mit der Masse zusammen. Oder versuchen die Masse zu finden. Ja, der geht nur gerade irgendwo da hinten so lang. Und der ist da irgendwo. Bin ich noch da? Hallo? Ja. Ja, also. Bist du? Der ist nur gerade da in dieses Dorf da. Ja, dann gehen wir auch mal rein. Vielleicht sollten wir aber nachdem eben nachmachen. Wir haben ja noch eine Minute. Wieso ist denn mein... Hä? Wie geht denn denn nicht auf... Mein Aufnahmeprogramm geht nicht gerade auf Stummen. Na egal. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Komisch. Ja, und deutlich. Vielleicht, wenn ich die Schifftaste entdeckt habe. Ich will auf jeden Fall irgendwo eine Kiste. Alter, lauf nicht vor mir. Alter, lass es. Was haben wir denn? Wahrscheinlich hier oben drüber irgendwo. Aber da ist ja schon hochgebaut. Da ist ja auch drunter. Weißt du das? Nee, 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 nee. Unser Mitspieler. Hier ist die Oma. Der hat die, glaube ich. Vorsicht! Schüsse. Ja, von da ich sehe. Scheiße. Komm rein, komm rein, komm rein. Der kommt auf dich zu. Wo? Von da hinten. Der kommt hier auf das Haus zu. Nicht vor mir krabbeln. Alter, was hat der für eine Knarre? Was haben die? Ach, der war zwei. Oh, Fee, das hättest du sagen sollen. Nee, ich hab nur einen gesehen. Ja, und dann auch noch vor mir. Weißt du, du darfst niemals vor mir krabbeln. Du hast mich voll blockiert. Ich kann mich mehr weg. Oh, Fee. Äh, sind nicht nur zwei, dazu fünf Stück. Ja, trotzdem hast du mich blockiert. Ich konnte ja nicht mehr weg. Wenn ich mich blockiert, besagt, blockierst du nicht. Gut, war eine schnelle 5 Minuten Runde. Ciao. So, na, super, wieder. Schon ein bisschen schneiden, ne? Schneiden die Schneide. Warum schneller runter, boah, da ist das ätzend. Hm. Wenn man den Trick nicht kennt, ne? Nicht drehen, ich mach mal so. Ich hab das Gefühl, dann geht es schneller, aber auch wirklich schneller geht, keine Ahnung. Gut gewesen jetzt? Ja. Wir sind einige Runde. Ja, ich weiß, aber viele auch von uns, viele von uns. Naja. Das Ganze sind Waffe? Ja, hier unten. Pistole habe ich. Und gut, die hätte ich jetzt auch. Ich hab einen Trank. Ich hab geschossen, versehen nicht. Okay. Gut. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. So, wir gehen jetzt Richtung... Die anderen. Genau. Wovor die jetzt weiterziehen, sonst haben wir... Genau. Ja, okay, ein bisschen sammeln müssen wir aber auch. Naja. Also hier, ich hab mal... Ich hör doch mal auf zu schießen, ey, warum? Ich hab voll die Lecks gerade, äh, wechseln nicht so schnell wie... Geh mal eben hier. Ach, das auch die Idee hat auch schon jemand anders, mal eben hier ein Haus zu suchen. Alter! Ich geh nach oben. Kommen sie jetzt alle. Ja, aber es hat gar nicht so verkehrt, ja. Sie verkehrt ist es ja nicht. Oh, ne. Wir haben von unter der Grau öffnen, schon nach oben. Also, wir haben zu weit voneinander entfernen, haben wir da auch das Problem, dass wir... Oh, wir sind genau in der Zone. War geil. Das ist nicht schlecht. B2 für dich jetzt nicht, was nicht... Ich bin oben, im Haus. Achso, okay. Jetzt bin ich unten. Irgendwo wird geschossen, aber ich muss noch ein bisschen abbauen, ich brauch noch ein bisschen was. Die ziehen weiter. Ich komm. Ich... Hab dir aber so ein bisschen im Auge alle. Das Haus haben wir schon leer gelootet. Hier reingucken, ob da was drin ist. Wir? Na, ich glaub nicht. Na, hier ist alles leer gelootet. Oh, hier wird geschossen? Ich hör's, aber wo? Aber die anderen sind da hinten auf dem Punkt. Ich glaube da... Ja. Ne, ja. Ich brauch auch, Moni. Ob schießt denn, du? Ne, ich hab nicht geschossen. Wow, ich hab einen ansehen. Aber vielleicht sollten wir dahinter noch zueinander. Ich hab für Schatzschüsse ein Gewehr eine verfügte Kugel. Ja, das ist der Nachteil halt einfach, ne? Ja. Aber... Die bauen sich hoch. Die bauen sich hoch. Von da hinten wird geschossen. Von wo? Da. In der Richtung. Oh, so Gott. Dann bauen sie sich auch hoch. Oh, oh, von da auf. Und da wird auch geschossen. Hier irgendwo. Sag mal, wir sind in der... Wir sind in der Zone, von daher relativ... Ja, da hinten wird aber auch geschossen. Oh, oh, oh. Äh! Ich hab mich direkt erwischt. Ich geh rein, ich geh rein, ich geh rein. Mach die Dauer, mach die Dauer, mach die Dauer. Ja, ich auch. Ich krabbel direkt da rein. Oh, 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 oh. Ja, da oben. Ich bin down, ich bin down. Ja, die ist von da oben. Ja, ja. Aha, die kam nicht genau von oben. Oh, nein. Bleib da hocken. Boah, bist du dämlich. Was? Du solltest hocken bleiben da, ey. Die läuft da ganz weit rum, ey. Die sieht dich nicht mal. Bleib da einfach hocken. Einfach hocken bleiben da. Da ist aber noch gemeint. So, jetzt hinter dir. Hinter dir runterfallen lassen. Genau, einfach runter. Ja. Wo soll ich denn jetzt hin? Ja, nicht zu denen da. Nee. Hinterm Haus. Genau. Ich bin auf. Ich bin so viel. Ja, da würde ich jetzt nicht hingehen. Die schießen doch. Alter, der Oma verpleiter. Ich sehe, hab dich nicht. Ja, du bist tot. Nee, das ist einer von uns. Hilf mir nicht. Na doch, hilf dir. Nee, das ist einer von uns. Nee, der hilft dir nicht. Doch, jetzt hilft er dir jetzt. Sauberfeld. Sammel, 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 sammel. Ganz schnell, ganz schnell. Ja, Waffen wollen wir jetzt nicht mehr so viele. Munition. Hier ist keine mehr. Da sind sie aber da muniten. Na ja, gut. Pech, geh rein. Muss bis sie gleich down. Du verstopfst die Tür. Da. Da. Weg machen. Oh, nochmal. Ich muss mal pusten. Du guckst mir jetzt nicht zu, oder? Ja, ich muss mal pusten. Ja. 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 Was weiß ich noch. Aber ich nehme die. Bewand. Vorsicht wird geschossen und ihr müsst, glaube ich, langsam in Richtung Zone. Das ist die Frage da. Nicht lang da, lange. Renn, 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 Renn. Ja. Aber wir sind. Ja, das sind unsere. Nicht hochspringen, aber wenn du runter springst. Ja, hab ich vergessen. Stimmt, dann kriegst du Schaden. Und wähl eine bessere Waffe. Du läufst mit einer Knarre rum, glaube ich. Da. Die wollte ich eigentlich. Die hat nämlich einen Schalldämpfer. Äh, also. Ich hab hier grad. Aber es sind noch sieben Stück von den Gegnern. Daher. Nicht viel. Nö, das stimmt. Schade, das ist so früh dann doch gestorben. Das war jetzt aber auch nur Glück, hätte er mich jetzt nicht gehalten, aber ich auch platt gewesen. Ich hatte ja nur noch zehn Leben. Ja. Das ist klar, ihr seid in der Zone jetzt sofort. Ja, ich sehe schon. Und schön an den grünen Fallen orientieren. Ja. Ohne geschossen. Da, so, ne? Ne, da gehen die, glaube ich, alle hin. Ne, ne, da. Ja. Da treffen die sich so ein bisschen. Ja, ja. Da gucken, wo die sich alle sammeln. Genau so ein bisschen ruhig zwischen den Bäumen bleiben. Ja, die sammeln sich hier so ein bisschen. Ja, die sind jetzt weiter in die nächste Zone. Ja, ich glaube, ich weiß, was die vorhangen. Die wollen Ampia da hinten, was man da getränkt nicht sieht. Ja, guck mal da am Haus. Ja, äh. Ja, wo denn jetzt hin? Ja, die einen dahin, die anderen folgen den meisten. Ja, die sind hier so lang. Genau. Also, genug und alle da hinten. Na, da weniger. Da sind so alle. Wie sie müssen, was? Genug money habe ich nicht. Als Problem ist, ja, es sind nur noch nicht vier. Ich gucke ein Kassel, genug. Wo ich geschossen bin, geschossen. Nicht einfach stehen bleiben, um zu gucken. Ja, das war gut. Aber was war nicht, ne? Nee, nee. War einer von uns. In die Richtung, in die Richtung, in die Richtung, ja, ja. Die gehen nach oben. Um besser zu ziehen, aber ich habe keine Snacken, das ist egal. Aber du kannst davon oben gut mit 1007. Wenn du da hochkommst, ja. Ich würde, ja. Was machst du da? Was hast du geschossen? Guck mal, was du machst zwischen dir? Ist so. Du bleibst, du bleibst voll drin stehen, ne? Nee. Na, guck mal. Ja, drop. Da ist ein Drop. Renn, 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 renn. Da hat jemanden Drop runtergeschossen. Ja, ja, ist egal. Du kannst den Drop nämlich runterschießen. Deswegen auch geschossen. Ne, das wird sie eher nach von anderem an. Guck mal, wie die Zone nur noch ist. Yes! Sieg! Also, ich nicht, aber ihr. Gut, fehl. Ja, ich. Ja, die sterben alle da jetzt links rum um dich rum. Das ist nochmal. Tschau TV, bist du denn jetzt? Folge, fehl ist tot.